Hallihallo und herzlich willkommen hier im Autoladen Dresden. Mein Name ist Tobi und ich stelle euch heute diesen VW T6 Multivan vor. Das Fahrzeug kommt aus dem Jahre 2016, hat seitdem ca. 71.000 km gelaufen und steht bei uns auf dem Hof in der Farbe Deep Black Pearl Effect. Finde ich schöne Farbe, auch mit dem Chrome Paket wirklich coole Optik am Fahrzeug. Vordergründig steht hier in diesem Video aber der Zustand des Fahrzeugs, weniger die Ausstattung. Wir gehen einmal ringsherum, nehmen euch trotzdem auf ein paar Details mit. Fangen wir an beim LED-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht und dem dazugehörigen Kurvenlicht. Wenn wir einmal hier unten sind, sehen wir gleich PDC, wir sehen Abstandstempomat, ACC, Notbremsassistenten und einen Light Assist. Wir haben 18 Zoll Leichtmetallfelgen und ein Innenleben, was sich wirklich sehen lässt, finde ich sehr schön. Drei Speichen, Multifunktions-Sportlenkrad, Infotainment-System, Reizonen-Klimaautomatik und wirklich auch dieses gebürstete Alu. Wir haben schöne Ledersitze in beige-schwarz, finde ich wirklich sehr genial. Und wie ihr schon sehen konntet, mit Memory-Funktion, wirklich genial. Aber Highlight natürlich an so einem Fahrzeug ist einfach und bleibt genau das, was man von einem Highlight erwartet. Die elektrischen Türen. Auch hinten im Fahrzeug ein sehr gepflegter Zustand. Es riecht nicht nach Rauch, Hund, Katze oder anderen Tieren im Fahrzeug. Es ist wirklich gepflegt. Sehr schön. Und dann schauen wir auch mal nochmal hinten rein, was das Fahrzeug hinten uns zu bieten hat. Und wie es sich für einen Bus natürlich gehört. Großer Platz im Kofferraum. Gepäckhollo dabei. Wir haben eine Rückfahrkammer dran. LED-Rückfahrscheinwerfer. PDC, also Parkpiepser, auch am Heck. Und natürlich, weil es nicht fehlen darf, noch eine zweite elektrische Tür. So, chill mit Highlight im Einstieg. Also wir haben hier wirklich ein sehr gepflegtes Fahrzeug. Und wenn ihr noch mehr zu dem Kollegen wissen wollt, dann klickt ihr einfach auf den Link unterhalb des Videos. Da kommt ihr auf unsere Händler-Homepage und zur Fahrzeugbeschreibung. Da könnt ihr euch alles nochmal durchlesen, was der Kollege hier so kann. Oder ihr kommt einfach hier vorbei im Autoladen Dresden auf der Hauptstraße 96 in Heidenau. Schaut euch den Kollegen an, von Montag bis Freitag zwischen 9 und 18 Uhr. Oder am Wochenende von 10 bis 14 Uhr. Dafür am besten einen Termin machen. Dann können wir euch einen Verkäufer an die Seite stellen, der mit euch um das Auto geht. Euch auch nochmal all eure Fragen beantwortet. Und gegebenenfalls rote Kennzeichen für euch reservieren. Damit ihr auch mal eine Probefahrt machen könnt und euch selber überzeugt. Natürlich gibt es für diesen Wagen auch wieder optional die Gebraucht-Wagen-Garantie bis zu 3 Jahre. Sprecht uns gerne darauf an. Genauso nehmen wir auch euren Gebrauchten in Zahlung. Kommt einfach gern hier vorbei. Auch dafür am besten einen Termin machen. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Und bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.